äh egal komm lass die sich mal da fetzen das ist kein problem ich suche nur seine sammler gerade wenn ich da schön ein paar deviatoren schicken kann so raketentürme alles klar so würde ich sagen speichere ich das so alles klar ja lass sie sich mal da fetzen ist kein problem alles klar hey was ist schon weg ich habe mich wo der sammelt wo sammelt der so ein raketenturm noch die machen sich da gegenseitig platt das ist doch ganz gut oder eine minute so jawoll freunde komm wenn nächstes flugzeug wüssten truppen immer ah ja danke das geht da auch dann lass sie mal erkunden für uns das ist doch kein problem so den raketenturm kann ich den raketenturm kann ich wieder aufbauen so okay dann nene nene lass dich mal nicht abschießen da würde ich sagen ich stehe mir jetzt hier die energie direkt vor die nase wo ich noch drei türme da rechts hin und dann passt das doch oder dann sollte das passen ich weiß halt nicht wo die sammler sind von dem so wo bist du nicht hier okay sehr gut wo sammelst du verdammt hast du keine sammler das wäre scheiße freunde kann ich dir wieder an toren gar nicht einsetzen wo denn wo denn der hat anscheinend keine sammler krass freunde kras kras erste mission wo der gegner keinen sammler hat aber der entkommt schnell genug wüssten truppen jetzt schweig jetzt geh mal da weg so dann komm mal hier unten ruhig hin hallo oh nee leute wo denn ach fixer vor mir ganz ehrlich ja gut mache ich das so und dann kriege ich den sammler direkt wieder nach so ja und noch einen zusätzlichen sogar mit flugzeug ist das denn nix ist das nix mein gut jetzt steht er da die ganze zeit rum ich fasse es nicht das blöde trike da wisst ihr was nee der der hat keine sammler aber egal ich brauche trotzdem mal einen deriator jawoll das ist doch gut das ist doch sehr gut zu wenig geld ja zu wenig geld ja ist mir schon klar ich finde es schade dass die gegner hier keine sammler haben aber egal dann werde ich die devigatoren anders und anderwertig einsetzen nach eine minute zwei kannst du mal abhauen sobald er weg geht baue ich da die energie verdammte kacke jetzt geh weg geh weg da mein grundstück betrieben verboten so dann greifst du greift er an oder was na zwei ufos gleichzeitig geil so was machst du jetzt hier jung was machst du ein die viator ist fertig geil sehr schön ja er geht los alles klar dann kann ich jetzt gleich erstmal die energie dahin packen so gut ausgebaut dann mach ich jetzt hier noch drei raketentermin und passt die sache konstruktion bereit oder zwei ne hier müssen schon drei hin so weil der kommt ja mal ganz gerne ne alles klar dann haben wir das ah moment ich habe eine andere idee was ich mit dem deviatoren mache in so einen angriff von dem rein werde ich mal mit deviatoren mitrollen auch wenn die lang das bringt so nix das bringt eigentlich so nix was er da macht er fährt nur rum ey aber jetzt hat er hier noch ein paar männlichen das heißt ich kann ihn damit ein bisschen beschützen so weitere Raketen-Türme bitte aber nicht wenn die Einheiten sich bewegen das wäre scheiße na greifst du an oder was ja Sadukas natürlich ey ja dann zieh die mal ein bisschen raus und dann stell dich mal hier oben hin und dann stell dich mal hier oben hin nein nicht auf die Miniken oh verdammt konstruktion bereit uuuh ja okay dann hol dir den Raketen ah das war jetzt Verschwendung von dem ja toll ein Shrike habe ich bekommen super ah shit das war jetzt verschwindet ich muss den direkt nach vorne ziehen äh seht ihr das dafür sind die Raketen-Türme auch sehr gut wegen den Luftangriffen da immer so würde ich sagen fliegt ihr immer da hoch so unser Stützpunkt wird angegriffen ja ist ja gut ist doch schon weg Mensch alles klar dann würde ich sagen baue ich mal den Deviator nach joo wird noch dreister sehr wohl konstruktion bereit mehr Wüstentruppen ey maaaann ich hasse die immer mit Wüstentruppen kommen die immer das ist so nervig Freunde so nervig ey so Sammler dann fahr die kaputt he hey was macht ihr denn unser Stützpunkt wird angegriffen also die machen so einen Schaden he so sehr schön unser Stützpunkt wird angegriffen ähhhh da sind sie das eine tricks złinc Warum foldert für ihn so dann würde ich sagen da habe ich alles kann ich mich jetzt ame wozu fokussierten in Wasser so eine Angriff vom Rhein werde ich mit ihm monetary Das ist meine Takt-Master-Taktik jetzt hier, um einfach so dem ein paar Einheiten zu klauen. Ja, warum eigentlich nicht? Da muss ich aber frühzeitig das erkennen, dass der losgeht, weil die die Wehrtoren... Die sind ja sehr langsam. So, Raider. Du gehst mal bitte hier vorne hin. Sehr wohl. Wie gesagt, schade, dass der keine Sammler hat. Sonst würde ich die immer schön klauen, aber... Das sind... Die sind nur... Ah, da hat er doch einen. Aha, Moment. Na gut, dann... Die Wehrtoren hierhin. So. Alles klar, der hat doch einen Sammler. Sehr schön. Nicht zu nah an den Scheißturm mit dran. So. Ja, dann... Äh... Schick mal einen Deviator dahin und klau dem mal die Sammler die ganze Zeit. Sehr schön. Ah, das kommt da oben wieder. Och, du Kacke, okay. Egal, das passt schon so. So, den Kampfhanser, ein Deviator. Ja, wenn er nicht schon vorher kaputt geht, ne. Was ist denn das? Ja. Ha! Seht ihr das? Das ist so ein Hammer. Das ist so Hammer, diese Taktik. Ja, das ist so ein Hammer, diese Taktik. Ey, ich liebe es. Ich liebe es. Jetzt bringt er schön mal seinen dritten Sammler hierhin. Ja, ist ja gut. Hahaha. Dankeschön. Was hier jetzt? Achso, ja. Ja, toll. Hahaha. Ich liebe diese Taktik. Noch ein Sammler für mich. Vielen Dank. Sehr geil. Unser Stützgeräte haben wir gegriffen. Ja, okay, das ist auch zu tun. So. Dafür, pfapp. Ah, Junge. Gut, wenn hier ein paar Einheiten kommen, das ist dann scheiße. Ja, schön. Sammler-Clone. Sehr gut. So, gut, dann machen wir mal 1, 1, 1. So, und wieder manuell. Quatsch. Wird gebaut. Nein, 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 nein. So. Ah, die Würmer, die können auch noch problematisch werden, ja. Die können noch problematisch werden, die Würmer. So. Oho. Ja, toll, jetzt habe ich den einen von ihm verpasst. Yo, natürlich. Unsere Stützpunkte wird angegriffen. Oh ja, mach nix. Ach, Junge. Mensch, ey. Keine Raketenpanzer? Bitte was? Warum kann ich keine Raketenpanzer bauen? Wie soll das denn? Ach so, ja, hol dir mal den. Der gegnerische Sammler, Leute. Sehr geil. Sehr geil. Ja, holt euch den. So, sehr schön. Nächste Sammler hier. Ha, geil. Ist das geil. So, zack, dankeschön für deine Dienste. Warum kann ich denn keine Raketenpanzer bauen? Was soll das denn? Na gut. Ja, ja, ist ja gut. Bestellung registriert. Lieferung in 5 Minuten. Oh. Wir sind verreint. Ach, was der denn? Ach, was? Okay. Mein Deviator ist hier weg, ne? Ja, schade. Noch 4 Minuten. Versuch mal da drauf zu schießen. Nee, leider nicht. Die treffen natürlich nicht, wenn die Gegner fahren, ne? Das ist klar. So. Ah ne, hab ich ja schon. Was mach ich denn? Hier. Stell mal einen da unten wieder ab für die Subler. So. Sehr gut. Das Beiß muss fließen, wie der Typ so schön gesagt hat. Äh, das stimmt. Können die Ordersse keine Raketenpanzer bauen? Das fände ich ein bisschen krass. Das wäre ein bisschen doof, würde ich mal sagen, ja. Noch eine Minute. So, was ist jetzt mit dem seinen Angriff da? Was? Oh, mein Flugzeug. Ja, das ist natürlich... Scheiße, das könnte natürlich abgeschossen werden, ne? So, dann fliegt man da weg. Kein Bock, ein Flugzeug zu verlieren hier. Zu wenig Geld. Ja, ja, ist ja gut. Ich baue ja Einheiten deswegen. So. Dass die Flugzeuge dann, äh, abgeschossen werden, das ist natürlich der einzige Nachteil an der Taktik. So, dann hol dir den mal wieder. Zack. Schöne Sammler. Jo, passt. Passt, wackelt und hat los. Und da kommt der nächste. Danke. So. Hol den mal ab. Was schießt denn hier die ganze Zeit? Bombenzeichen. Was zur Hölle? Ach. Jo, geil. Danke, Söldner. Richtig gut, ja. Die Basis hier, die hat ja echt gar nichts. So, die schönen Deviatoren hier, ja. So. Ui. Äh. Verdammt. Scheiße. Das war eh nicht meiner, aber es ist halt, ne? Doof. Ja. Und der eine Flieger, ja. Wenn der so scheiße wirft, ist der selber schuld. Ich glaube, der Sammler war eh nicht mir, also von daher. Fast das schon. Ne, dann lass dich nicht fressen. Ne, ne. Ah, okay. Sehr gut, alles klar. Das war eh der Gegnersammler. Kann der mal abhauen, der scheiß Wurren? Tch. So. So, zack. Alter, jetzt kroppst du ja die ganze Zeit hier rum, oder was? Ja, gut, dann. Ach du. Was kommt denn da an, ey? Verdammt. Wo denn? Zu wenig Gegnersammler. Ah, hier. Gegnersammler. Ah, mehr Nickenangriff muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, wo ist der Wurm? Da ist der Wurm. Alles klar, dann still ich mal wieder da ab. Gut, Freunde, dann baue ich mal weiter Einheiten. Das wird jetzt auch schon ein bisschen voller hier. Warte dahin. Ne, mein Gott. Ah, okay, das ist gar nicht meiner. Na, okay. Dann, zack. Gegnersammler war das. Okay, geil. Verdammt, hat er am Ende doch meinen Dings gekriegt, ey. Mein Deviator, shit. Na ja, gut. So, ich würde sagen, wenn er es das nächste Mal angreifen geht, gehe ich mit. Boah, Wüstentrum. Aber das passt. Wir können auch nicht mal schießen. Sehr gut. So. Oh, Spice muss fließen. Ja, das stimmt. Allerdings, ähm... Na gut, dann... Mach den Deviator mit. Fertig und er geht los. Okay, er geht los. Na dann, würde ich sagen, kombinieren wir jetzt mal den Angriff. Ja. Wenn der jetzt losgeht, dann komme ich jetzt mit. Machen wir den mal kaputt hier. Der kann sich mal wieder hier hinstellen für die Sammlung. Wir sind bereit. Oder warte mal, nee, der ist schon wieder kaputt da unten. Ja, danke. Warum gehen die mal kaputt? Das ist meiner, okay. Dann stell ihn mal hier ab. Ja. So. Dann würde ich mal sagen, äh... Helf dem mal da. Sehr schön. So. Dann zack, weg damit. So, weg mit dem ganzen Scheiß hier. So. Egal, der kommt noch mit ein paar Einheiten danach. Das passt doch saugut. So, zack. Zack. Mach den Raketenturm weg. So. Batsch. Sehr gut. Alles klar. Zack. Zack. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal die Verteidigungslinie hier durchgebrochen. Dann kann er jetzt kommen mit seinen Manneken. Ja, das ist doch mal ein guter Plan. Oh, zack. Batsch. So, rein hier. Und rein hier. Ah, nein. Fuck Raketentürme, ey. Verdammter Hackel. So. Bestellung registriert. Ah, die Raketepanzer sind anscheinend bei den Orders echt rar, hm? Find ich schade. Oh, da ist noch ein Turm. Alter, was? Wie viele Türme hat der hier? Na dann, keine Ahnung. Wo ist mal der Druff da? Ah, der hat ja die, äh, die, äh, Dings, Wüstentruppen. Sehr geil, Freunde. Ah, zack. Und? Kaputt. Sehr schön. Manneken. Verdammtes Manneken. So. Ja, Teamangriff. Das ist doch mal geil. Der hat seine Wüstentruppen da. Die sind bereit. Das ist doch schon mal sehr schön, was er da macht, ja? Nach zwei Minuten. Schöner Teamangriff. Zack. Zack, Quatsch. So. Er macht den Bauaufplatz sehr schön. Gut. Ich hab jetzt mal ja zwei Panzer da. Noch eine Minute. So, da kommen meine Raketenpanzer. Wir sind bereit. Der macht den echt kaputt. Ja, geil. Zack. Weg damit. Ich wollte schon sagen, wo ist mein Deviator schon wieder? So. Aber der hat eine große Basis, ne? Nein. Ist ja doch auf. Ja, lass ich den mal kaputt machen. Was zur Hölle? Okay. Dickes Rohr. Mal schießen. Einmal schießen und dann sind die weg. Seht ihr das? Ja. Zack und weg damit. Batsch. So. Genau, der macht hier oben schön weiter. Er macht den neuen Messinen. Wie? Oh. Diese Dreckswüsten-Truppen, ey. Ja. Der ist tot. Der ist kaputt. Die machen so viel damage, diese Drecksmanneken, ne? Ja, ist okay. Komm. Dann. Hä? Ne. Äh, Quatsch. Einer reicht. Bestellung registriert. Lieferung in 5 Minuten. Äh. Wir sind bereit. Maniken. Schauber unterwegs. Unser Stützbuch wird angegriffen. Und? Seht ihr? Ja, sehr schön. Noch gut mitgenommen. Einheit verloren. Noch vier Minuten. Nächster Angriff zusammensammeln. Einheit bereit. Erwachte uns, bis Sie. Bestellung nicht. Noch drei Minuten. Noch drei Minuten. Noch drei Minuten. Nein, hier hat er noch. Der hier unten hat ja gar nichts mehr. Soll ich da mal den Quatsch hinfahren? Das könnte ich sogar machen. Das würde ich sogar schaffen, glaube ich. Aber... Ne, das ist... Zu wenig Geld. Das da unten ist prädestiniert für Maniken. Ja, aber... Ah, Demiator... Hm, der hat, glaube ich, keine Sammler mehr jetzt. Oh, schade. Noch eine Minute. Wie kann ich den jetzt noch einsetzen? Eigentlich gar nicht mehr, ne? Die Angriffe, die hören, müssten jetzt eigentlich auch aufhören. Einheit bereit. Ach, ist das schön. Das macht doch Spaß, oder? Das macht doch Spaß. Sehr wohl. So, dann... Weitere Kampfpanzer. So, Raumhafen. Gibt's da wieder Raketenpanzer? Da gibt's wieder Raketenpanzer. Sehr schön. Der geht schon wieder los. Alles klar. Ja, dann... Dann... Der geht hier unten. Ah... Nö, da unten müssen wir nicht alle hin. Den kann der alleine platt machen. Den da unten, ey. Den kann der echt alleine platt machen. So. Kann ich mich in Ruhe sammeln für den finalen Schlag gegen den hier. Boah, und wir müssen unbedingt die scheiß Hightech-Fabrik platt machen. Der will auf meine Panzer? Ja, ernsthaft? Der will auf meine Panzer? Okay. Ja, gut. Dann... Dann ist der... Dafür ist der jetzt kaputt. Ja. Ha. Ja. Noch zwei Minuten. Sehr schön. Ja, nee, das war meiner, aber egal. So, dann... Dann alle auf den Turm drauf. Jawohl, Freunde. Sehr gut. Der macht einen guten Job. Batsch. Sehr gut. Habt doch auch mal was, um Gegner einer KI zuzugucken, wie sie eine andere KI-Platten macht. Sehr wohl. Ah, hier oben hab ich ja noch ein paar. Okay, krass. Ich steh nicht mit dem Führer. Ja, komm dann. So, weitere Raketenpanzer. Ah, schade. Egal. Gut. Dann haben wir zwei Quatzen. Und Kampfpanzer. Sehr gut. Der macht's genau richtig. Erstmal die Produktionseinheiten klappen machen. Beziehungsweise Gebäude. Und dann die, äh, Energie. Ja, Batsch. Sehr gut. Sehr gut. So. Gut. Dann hätten wir das ja. Zwei Raketenpanzer, ey. Das ist so bescheuert. Aber ja. Noch drei Minuten. Gut, Freunde. Bevor wieder irgendwas mit der Aufnahme passiert, würde ich mal sagen, mache ich erstmal hier einen kurzen Aufnahmecheck. Also bis gleich. So, Freunde. Ja, da bin ich wieder. Ähm, joa. Nur einen kurzen Zwischenbreak gemacht. Der ist jetzt dem hier weiter zu. Das finde ich sehr gut. Alles klar, Batsch. Sehr gut. So, dann bauen wir mal ein dickes Rohr. Ja. So, dann. Ach du Kacke. Manneken. Verdammte Kacke, ey. So. Aber ist egal. Ähm. Schieß mal hier hin. So. Und alle vier auf einmal am besten. Ja, okay. Geht auch. So, Batsch. So, dann noch zwei Quats. Sehr gut. Jo. Dann, äh, würde ich mal sagen. Gibt es da wieder einen Raketenpanzer? Nein, leider nicht. Okay. Gut. Dann noch noch ein Quatsch. Der hat den gleich erledigt. Das ist sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Alles klar. Jo. Die Mission, die haben wir doch einigermaßen souverän gemeistert. Ich glaube, viel ist hier jetzt nicht mehr. So. Dickes Rohr nochmal. Ja, passt schon. Die Belagerungspanzer werden tatsächlich schneller produziert als die Quatsch. Das ist doch mal sehr gut, Freunde. So, wo geht der jetzt hin? Hier. Alles klar. Gut, dann unterstützen wir hier. Gut. Dann würde ich sagen, lasen wir mal zum letzten Angriff hier, oder? Mit meinem Kollegen. Ja, Debiator. Ja. Ich weiß nicht, ob der noch Panzer hat. Ich bezweifle es aber irgendwie. Wir sind bereit. Dann helft mal. Wir sind bereit. So, Kampfpanzer. Der hat nur noch Manneken. So, der hat nur noch Manneken, ja. Ja, dann. Ja, ist egal. Ne, der hat noch einen Panzer. Okay. Der hat noch einen Panzer. Dann holt ihr den. Mit dem Deviator. So, und? Ja. Sehr schön. Alles klar. Dann. Mach den mal kaputt. Ach, Debiator. Nicht schwissi. So. Dann. Sehr schön. Bats. Der hat ja auch nicht mehr so viel, ne? Uff, ja. Ah, der hat auch noch hier einen Panzer. Okay, dann holt ihr mal den Panzer, bitte. Nein. Ah, schade. Egal. Gut. Dann. Teamwork. Jawohl. Der sammelt sich hier wieder. Okay. Gut. Alles klar. Macht der? Dann fahren wir mal wieder zurück. Komm. Brauche ich dich ja hier erstmal nicht mehr. Batsch. Sehr gut. So. Auf die Energie noch. Auf die letzten Manneken da. Da müsste der Atreides tun. Ah, ne. Okay. Dann. Warte mal hier auf den. Den Angriff hier von ihm. So. Ah. Schade. Ich dachte, man könnte hier mit den Orders auch Raketenpanzer bauen. Aber anscheinend ist das. Ist das nicht so. Oh, Mann. Gut. Ich glaube, der kommt gleich auch. Hä? Was ist das hier? Ne, das ist nur. Ne, ne. Ich kann hier nichts befehligen oder so. Von ihm. Gar nichts. Alles klar, dann sammelt euch mal da. Gut. Würde ich sagen. Ich beichere euch das Ganze mal. Mach mal die Spielgeschwindigkeit hoch. So. So. Weil damit er endlich bald mal ankommt, ne. Wird gebaut. Wird gebaut. Zack, zack. Zack, 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 zack. Oh. Wo denn? Ah, da unten kommt er. Ah, jetzt kommt er auch mit dem Angriff sehr gut an. Ist klar, Freunde. Dann. Das ist auch noch zu schnell. Wieder dieser Balken hier. So, dann passt das. So. Alles klar, dann können wir uns jetzt mal ein bisschen kombinieren. Ist das alles, was der hat? Naja, aber er ist einiges auch. Der hat die kleinen Einheiten und nicht die großen. So. Alles klar, dann machen wir jetzt mal ein... Was macht der denn? Er schießt ja auf die Mauern. Witz. Um Gottes Willen, ey. Machen wir jetzt mal Teamwork hier. So. Genau, geil. Er schießt mit uns auf die gleichen Gebäude. Klass. Ja, danke. So. Dann. Oh, Raketen-Torn, ey. Shit. Ah, weißt du was? Ich mach die Verteidigung platt und der macht die Gebäude platt. Ja, kann er gerne machen oder so. Kein Problem. Was passiert denn da? Das macht die scheiß Raketentor. Weg damit. So. Alles klar. Dann. Oh, da kommen die Sadokas raus. Das ist im Übrigen das Imperator-Gebäude. Und da kommen die Sadokas raus. Das heißt, damit er die jetzt nicht mehr bauen kann, würde ich mal sagen. Ne, nicht löschen, oh Gott. Das will. Äh. Mach ich das erstmal kaputt. So. Zack. Putz, putz. Sehr gut. Die Energien gehen direkt mit platt. Batz. Sehr gut. Weg damit. Weg mit allem hier. Die funktionieren schon nicht mehr. Sehr gut. Aber er hat noch einen Luftangriff. Okay. Boah, das macht Spaß mit den Söldnern. Wenn man die selber mal hat. Nicht der andere immer. Das macht richtig Bock. So, der macht hier weiter. Oh, unser Stützpunkt, der kann nicht mehr. Höh. Zu wenig innen. Oh. Okay. Ja, gut. Dann reparieren wir die Energie. Oh. Ja, da hat er mir ein bisschen was weggenommen. Aber passt schon. So. Temperatur wurde ausgelöscht. Sehr gut. So. Ich glaube, dann war es das jetzt. Ja. Die paar Gebäudereste noch hier. Das war's, oder? Das war's, oder? Gut. Äh. Ernsthaft. Weg damit. Aber was jetzt? Yes, Freunde, wir haben's. Sehr schön. Geil. Okay. Alles klar, Freunde. Da würde ich mal sagen, die haben wir ordentlich platt gemacht. Mit der netten Hilfe der Söldner und wir sind Basiskommandeur. Sehr schön. Die Adreides wurden auf das Gebiet der Harkonnen zurückgedrängt. Ja. Boah, vorletzte Mission, Freundin. Nächste Mission ist die vorletzte schon von den Orders. Das geht so krass schnell, ey. Das geht so schnell. Ich glaube, innerhalb von drei Wochen habe ich die Orders-Kampagne durch. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, das hat mir sehr Spaß gemacht, diese Mission. Und, ja, wenn's euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst doch bitte ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Würde ich sagen, schneide ich das jetzt zusammen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, oder schönen Tag. Spiel gespeichert. Tschö, tschö.